ja hallo da sind wir wieder so dass ein dual verkehr wird ja man nicht wollte irgendwas das ist ja ein jahr hallo wir kommen zur nächsten folge gut dann war es wirklich immer das war einfach nur wild da ich meine pause weg lassen die nacht durch gehen jetzt kann sie wieder auf normal speed gehen die nacht gleich vorbei die sind wach und happy und es wird zeit für sie zu arbeiten die arbeiten ja aber wo soll man die batterie ich stelle die maßung daneben baut das ist schön so musste dann baut die batterie das ist schön sachen zu bauern sie können du kannst ja auch einbauen dass mir einmal passiert echt da war einer im kopf in so einer bliese drin habe ich einen gesagt er holt ihr da raus und wo die bliese weg dann wurde es aber nacht die leute erst abhängen gegangen dann ist das einfach verrägt weil das steckt ist bei klaren abgekommen ja jetzt geht es drüber geht sich auch in was ja er ist jetzt erst ein level höher gekommen und dann geht er erst mal darauf erst bei einem Prozent ein Schiff da musst du ja genau da muss man kann doch auch so ziehen genau das ist es cool dann brauchst du dir auch noch irgendwas was noch nicht hat Energieverbrauch vielleicht schon mal das erste Research Center als Idee gestechen zeigt dann nehmen und die klappung nicht gut und dann nehmen und so ist mit der batterie verwenden einfach unten ja genau alle gab es sind alle gab es miteinander wohnen wenn du so so macht das geht das ist cool vielleicht dann wenn du hier unten ist und gut wenn du auf Prioritize gehst du kannst Sachen priorisieren wenn du vielleicht den Generator auf 7 oder so stellst du ja da unten rechts auswählen 7 ja dann ist Power Generation ein bisschen wichtiger wie Graben weißt du dann wenn du jetzt nichts über 7 priorisiert macht er halt den Job das ist ganz cool ja und jetzt aber jetzt kannst du hast recht um Research das ist momentan alle Researches weil real war wie gesagt ja verständlich die zwei Balken sind das grüne ist halt die normale Research Station das blaue ist der Supercomputer und die Research Station zum erforschen braucht die Dreck also dort und der Supercomputer braucht Wasser okay dann würde ich mal warmte ich gehen kannst du dann wird jack irgendwann mal max ist jetzt fertig batterie ist voll geht wieder raus macht sein ding wieder das ist cool check jetzt auch ein level abgekommen das ist schon max auch noch ja zwei leute habe ich zu tun ach ja mal Pause du musst jetzt auch noch da in der Research Station sagen Novis Research kann man auswählen ja genau da kannst du jetzt entweder sagen Fabrik hier Fabrik hier genau Fabrizier einmal wenn du fabrizieren sollst oder halt auf unendlich schleifen was kann man da ich machen da macht halt so wie das auch fertig ist jetzt geht dein einziger Research Typ den du hast da hin und nimmt erstmal rechnet jack muss es doch machen ach so ja dann auch der andere das da noch rein jetzt wird Meth gebraut ja gut ja da damit wie sagt man heutzutage mit Meth genau vielleicht hätten wir uns noch mal um Glück ne das machen die Oxalact-Kastallelokon das ist wirklich noch verdammt wieder auf sich mal die Becken ein bisschen weiter nach oben ausbuddeln ja jetzt wirklich ein bisschen ich weiß nicht wenn sie nicht so gerne so direkt unter einer Steindecke zu pendeln und einstürzen sollten wir auch vielleicht mal sowas mit Lagern richten ich habe hier so Starage Dinge ja auch kann ja das will ich da oben haben nein ich wollte nur schauen wie groß die sind ja die sind zwei vielleicht jeden wo vielleicht jeden wo vielleicht jeden wo das ist das ist Sand und Sandstein wenn sie eins zwei drei vielleicht buddelst du ja auch einfach noch ein paar Felder nach unten ja hier ins Wasser oder naja du kannst das Wasser einfach noch eins runter schießen lassen stimmt stimmt und hier ist auch ja du musst jetzt einfach die muss das abbauen detail ne da geht das nicht mit x kannst du direkt sagen aber mit x nicht mit g du alpha cabinet sag ich noch eure Worte recht leitern hin was machst du was machst du neu sein dann wie ist es wenn ich hier jetzt ähm vielleicht buddel die Pflanze muss weg kommen die dann wo so darf ich eine Leiter haben ja also heißt es hier gleich Leiter hin ich glaube die können also ein Feld können sie auf jeden Fall hoch springen 2 bin ich mir nicht mehr nicht bei meisten so lange das überhaupt nicht springen muss ok ok das ist auch was ok das ist auch was weißt was hast du die Leiter in der Hand ja um zu warten bis endlich mal da aha verstehe verstehe das hier abbaut damit ich die Leiter immer bekannt so ist das so ist das so ist das skill increase oh normal ja oh das ist das research das ist das nice allerdings ist die researcheigenschaft so gesehen das ist cool das ist eigentlich hier unten ah ok das ist wasser so ne ich meine ich hier in dieser ja das ganze carbon dioxide noch nie nicht allzu tutti aber das geht schon geht schon solange es nicht toxik ist ja das wasser fließt fängt jetzt auch schon nach unten weg zu fließen das ist schön das ist sehr schön ah und jetzt unser und dieses Spiderman wasser das auch gehört hm das ist ja auch was ich dir vorhin erzählt habe mit diesen Madenbäumen ja 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 das würde ich mal liegen die kannst du nachher auch in so einen Planter anpflanzen wenn ich jetzt habe die mit harvest hier benutzen dann werden die abgebaut und das Ding kann halt nachrotzen ja ich warte das mal das ist ein geschäft erledig die ganzen neben effekte in zum krasse ja und da fließt das wasser sonst wohin blut 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 so langsam abspringen da hat aber ein bisschen muss ich noch diese kannst du jetzt aber schon mal so gesehen beginn da ein lager zu bauen dass ich sogar informationen über sachen bekommen ja das kommt cool das ist wirklich ja lala lasse einfach wenn er es nach selber anbauen ist dass man mal doch die deckung einfach nur so einheitlich zu sein welchen ist ja auch hier ja das research center produziert auch karbondioxid das ist wirklich was ich dachte das kommt von der toilette hier das karbondioxid weil das wasser nicht mehr aufhört mit dem was es tut ja jetzt ist ja das karbondioxid verpüßt sich immer den untersten fleck das gut weil dann kommen die ganze luft die hier drin ist so ja die gehen schon kennen das ist noch sie ist es hat es gebracht den weiten eines bei das rumlaufen wahrscheinlich war der rumwatscht dachte eigentlich unser afrikanischer sportler wäre ich glaube demnächst ist doch irgendwann dein nächsten tut bekommen ja 30 Sekunden jetzt gehen sie alle essen die haben staubsauger rausgeholt ja so ist das in der zukunft mit einem staubsauger okay wenn man möchte ich finde es halt echt krass wie lang die essen die ersten gefühlt drei stunden lang ja sie kauen drei stunden lang das ist ja okay die müssen nur aber einmal wieder in luft zum atmen gehen ja jetzt bei kann ich gerade so große probleme max macht viel energie fällig wieder raus das ist cool wie die animation hat einfach nur voll cute mit ein bisschen die weiter ist eigentlich du kriegst du bist mit dark jones fertig ist und nun kannst du aber wie sollst gehen danach gucken würde 28 sollen wir das auch noch aufmachen stein ding lassen wir es mal als wasser speicher vielleicht kann man ja das wasser raus punkten kann man tun ja das woppel war das woppel wasser ist da hat sich ausgewobbelt macht keine wasser researches fertig macht keine jetzt wo wir das farben haben würde ich mir sagen was wir jetzt am sinnvollsten von diesen vielen bereich das hat immer je nachdem wie man spielt die beiden folgen können wir uns erst mal um die anderen sachen damit wir vielleicht besser gleich bescheid wissen was wichtig ist die dinge sind ganz cool die algen dinge weil die fressen so gesehen ein bisschen alten und bisschen wasser machen dann carbon dioxide wieder zu luft die dinge und die linken produzieren zwar direkt luft aber die fressen so krass viele algen müssen affig also ich mach da meistens ich hab da meist auch unten so ein raum wo das ganze carbon dioxide hinfließt und hab dann da vier oder fünf stück von den dingern drin denn das ganze carbon dioxide einfach und carbon dioxide das ist gut das wird herrlich ich mag ich mag ich mag den ton du hast mir jetzt genug sein stört so kannst du schon gerade auf den bauern so süßen ich denke ich mal hier im großen raum dann das food anbauen food food ja kann ich hier sowas wie treppen machen die leute können aber alleine hochklettern oder die leute ja mit sie ich kann hinein holen naja du das ist choose a duplicate ja das ist so leute der der sieht cool aus mhm er können der warfinger sauerstoff kann man perform job gut ja kann ich bauen naja das müsste schaden naja kann ich jetzt aber der kann nicht kämpfen naja so wie ich das sehe hast du da die auswahl zwischen einem forscher einem miner und einem koch recherchieren forschung ist eigentlich wichtig weil der hat jetzt schon plus sechs lern und platz machen wir erst mal kurz pause und jobs ja und vielleicht soll auch keine power generieren wenn ich die stimmen noch 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 wechseln wir haben essen ist die das ganze es weg der tut das kann er abbauen die anderen leute mit dem atemproblem aber sie ist ja schon wie sich das ganze carbon dioxide nach unten verzieht wenn es noch ein bisschen weiter nach links geht damit ist er macht ja dann liegt das wasser das ist ein bisschen der deutsch ist und fertig aber die muss jetzt noch einstellen was was soll da rein ich würde sagen hier groß metall hohe mineralien was das da würde ich sagen organisches so klingt auch eine gute sortiert sobald seine zeit haben eines jetzt nicht rum sondern nehmen das zeug mit probleme dann klicken wir mal auf kuh und ich würde sagen wir gehen jetzt mal schlafen dann tut kein auf dem boden du hast kein bettet muss ich das jetzt mal du sollst vielleicht in das teil auch auswählen das wäre eine idee war ja wir kriegen einer folge echt viel hin ja ist es eigentlich hat sich ausgebaut oder forschung und lager aber wenn der nächste überhaupt etwas bekommen das erfahren wir in der nächsten folge vielleicht auch nicht vielleicht verhungern sie auch vielleicht kriegt er es nicht hin das ist naja wer weiß und das wasser macht es kaputt aber um das zu wissen muss man den nächsten folge einschalten also dann bye ciao